Na gut, wenn alle bereit sind, können wir uns dabei aufstehen. Ich sehe heute viele neue Gesichter, das freut mich immer. Wer ist zum ersten Mal da? Ja? Ja? Sehr gut. Freut mich, dass ihr da seid. Für den Rest freut mich natürlich auch. Es wird ein bisschen anstrengend heute. Ich auch hier. Seid mental vorbereitet. Wenn ja, stellen wir uns alle ganz hinten auf die Matte, schließen die Beine und fangen immer mit ein paar Auflockerungen an. Das heißt, die Arme seitlich öffnen. Wir wandern auf die Zehenspitzen, Schultern, Wirbelsäule. Landen tief in den Bauch. Einatmen. Halten für drei. Zwei. Eins. Und aus. Locker nach vorne fallen. Oberkörper entspannt hängen lassen. Und abwechselnd anwinkeln. Das linke Bein umsteigen. Das rechte Bein. Ein paar Mal nach eigenem Tempo ein paar Mal umsteigen. Drei. Zwei. Eins. Und die Arme seitlich öffnen. Eine dritte volle Streckung. Die Zehenspitzen, Schultern lang. Tief einatmen und halten. Und aus. Ein zweites Mal nach vorne. Die Beine bleiben ganz gestreckt. Und wir ziehen Halbkreise mit dem Oberkörper nach links und nach rechts. Noch mal nach eigenem Tempo ein paar Mal wechseln. Den Nacken entspannen. Den Kopf hängen lassen. Wir passen langsam unsere Atmung an. Immer ein durch die Nase. Immer aus durch den Mund. Und wir atmen immer tief in den Bauch. Wer kann? Das Werfel involvieren. Also beim Einatmen immer ganz ausdehnen. Dann ausatmen. Den Bauch leicht einziehen. Und noch mal zur Mitte. Wir richten uns dieses Mal ein drittes und letztes Mal in eine volle Streckung auf. Auf die Zehenspitzen, Schultern lang. Tief einatmen. Und halten für drei. Zwei. Eins. Und aus. Nach vorne. Und wie immer die letzten zwei Übungen kombinieren. Also Oberkörper nach links. Rechtes Bein anwickeln. Oberkörper nach rechts. Linkes Bein. Und wieder nach heiligem Tempo ein paar Mal wechseln. Und mit dem Oberkörper wieder zur Mitte. Wir greifen zu den Zehenspitzen. Steigen schulterbreit auseinander mit den Füßen. Und wechseln in die tiefe Hocke. Als erste Ausgangsposition. Sollten die Fersen bei jemandem abheben, ist nicht so schlimm. Das wird sich mit der Zeit verbessern. Für jetzt einmal. Die Schultern nach innen bringen. Die Arme öffnen wir nach außen. Und den Kopf einziehen. Das Kind am Brustbein anlegen. Und ein, zwei Mal tief durchatmen. So. Wir greifen zu den Zehenspitzen. Und eins. Beine durchstrecken. Zwei. Arme seitlich öffnen. Auftauchen. Drei. Wir wechseln in eine aufrechte Hocke. Oberschenkelknochen parallel zum Boden. Oder ein bisschen niedriger. Vier. Vollstreckung. Fünf. Abtauchen. Zu den Zehenspitzen greifen. Sechs. Tiefe. Hocke. Ausgangsposition. Und Pranayama. Wir atmen gemeinsam. Eins. Ein. Und die Nase. Zwei. Aus. Und den Mund. Drei. Ein. Vier. Aus. Fünf. Ein. Sechs. Aus. Ein. Sechs. Aus. Eins. Ein. Zwei. Aus. Drei. Ein. Vier. Aus. Fünf. Ein. Sechs. Aus. Aus. Und nächste Runde ganz langsam. Eins. Aus. Und nächste Runde ganz langsam. Eins. Ein. Zwei. Aus. 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 Drei. Ein. Vier. Aus. Aus. Fünf ein, sechs aus, und letzte Runde exklusiv. Eins ein, zwei aus, drei ein, vier aus, fünf ein, sechs aus. So, wir atmen wieder nach eigenem Tempo, ein bisschen nach links und nach rechts, mit dem Fußgelenke auflocken. So, wir wärmen nochmal die Fußmuskulatur auf, bevor wir die Gleichgewichtsabfolgen machen. Also, die Arme gestreckt, die Achseln kommen auf die Knie, die Hände flach auf den Boden, und darauf auf die Zehenspitzen. Das Becken bleibt unten. Wir wollen jetzt nur mal die Füße durchstrecken, Fußmuskulatur aufwärmen. So, wir atmen schön tief in den Bauch, und langsam wieder die Füße flach. Wir wandeln mit den Schultern nach innen, öffnen die Arme nach außen, und den Kopf nochmal einziehen. Und locker lassen, ein zweites Mal. Die Arme nach vorne, Hände flach am Boden, und ganz rauf auf die Zehenspitzen, die Füße ganz durchstrecken. Und Füße wieder absetzen, die Schultern nochmal nach innen bringen, die Arme nach außen, den Kopf einziehen. Zweimal tief durchatmen. Und ein drittes Mal, die Arme nach vorne, die Hände flach auf den Boden, zuerst rauf auf die Zehenspitzen. Und jetzt wandern wir alle mit dem Becken so weit wie möglich nach oben. Wer kann Beine ganz durchstrecken, wichtig ist nur, dass wir auf den Zehenspitzen stehen bleiben. Und langsam wieder absetzen. So, wir greifen nochmal zu den Zehenspitzen, und Beine durchstrecken, Arme seitlich öffnen, aufrichten. Die Hände wandern vor dem Brustkorb, wir fangen mit der linken Seite an, linken Fuß innen anlegen, Ferse über und auch unter dem Kniegelenk. So, wir fixieren alle einen Punkt direkt gegenüber am Boden, und knicken im Becken ein, Rücken halbwegs gestreckt. Kurz verneigen, und unten kurz halten. So, Bauch anspannen, langsam aufrichten, und das linke Bein wandern nach vorne. So, rechte Hand oben am Knie, linke Hand am Schienbein. Und ganz an den Körper ziehen, Gesäßmuskulatur lang machen. Ein, zweimal tief durchatmen. Wir schieben die linke Hand zum Fußgelenk, Bein nach hinten ziehen, rechten Arm nach rechts. Und achtet darauf, mit dem linken Knie hinter dem rechten zu stehen. Becken ganz nach vorne schieben, Hüftbeuger lang ziehen. Und ohne absetzen, bringen wir den Fuß wieder nach vorne, innen am Becken anlegen, Knie Richtung Boden pressen, und linke Arm nach links gestreckt. Jetzt bauen wir mal langsam Kraft in den Füßen auf. So, Konzentration, wir strecken alle vier durch, und heben das linke Bein parallel zum Boden, tief in den Bauch einatmen. Und ausatmen, in die Pyramide, Hände zum Boden, und rechts hinten die Ferse ganz nach unten drücken. So, wir drehen uns ganz nach rechts, und drehen die Zehenspitzen leicht nach außen. So, wir fangen mit der linken Seite an, linkes Bein anwischen, mit beiden Armen ganz fest umschlingen. Und jetzt wollen wir das linke Bein durchstrecken, und somit den Oberkörper immer näher Richtung Boden ziehen. Das heißt, beide Beine sind gestreckt. Und strecken. Ja, wer kann Stirn am linken Bein ansetzen, und ein paar Mal tief durchatmen. Als Bonus, Zwerpfelatmung, wer kann während der ganzen Session Zwerpfel involvieren. Einatmen, ausdehnen, ausatmen, einziehen. Und locker lassen, wir wechseln zur rechten Seite. Rechtes Bein anwickeln, mit beiden Armen ganz fest umschlingen, und rechtes Bein durchstrecken. Und locker lassen, Oberkörper zur Mitte, wir drehen die Arme nach hinten, und ziehen den Oberkörper zum Boden. Wer kann oder möchte den Kopf absetzen. Und wir richten uns wieder langsam rauf im Oberkörper, drehen uns ganz nach vorne, und setzen das rechte Knie ab. Oberkörper aufrecht, Becken nach vorne schieben, die erste lange Lüftbeugerdehnung rechts. Achtet darauf, unteren Rücken, Gesäß, anspannen, ganz nach vorne schieben, tief einatmen. Und ausatmen, die Hände auf den Boden legen, vor dem linken Fuß genug Platz lassen, damit wir das linke Bein seitlich ablehnen können, in eine aufrechte Pigeon Post. Das heißt, unteren Rücken, Gesäß wieder anspannen, ganz nach unten pressen. Oberkörper aufrecht, wir atmen tief ein, halten für drei, zwei, eins, und aus. Ganz ablehnen. Ein paar Mal tief durchatmen, kurz entspannen. Wir richten uns wieder auf im Oberkörper, stellen das linke Bein nochmal auf, hinten die Zehenspitzen gleichfalls, und Gewicht nach oben verlagern. Zurück in die Pyramide, und den vorderen Fuß zurückstellen, zum rechten Downward Dog. Kurz halten, die Knie leicht angewinkelt, Schultern schön lang. Und wir wandern mit den Händen zu den Füßen, greifen die Zehenspitzen, den Kopf kurz hängen lassen. Und wir richten uns nochmal auf, die Arme seitlich geöffnet, die Hände wandern wieder vor dem Brustkorb, wir wiederholen für die rechte Seite. Rechten Fuß, innen anlegen, wer Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hat, der kann ruhig die Zehenspitzen am Boden lassen, oder sich hier nur festhalten, das ist nicht weiter tragisch. Ansonsten, Punkt direkt gegenüber am Boden fixieren, und wir knicken nochmal im Becken ein, Rücken halbwegs gerade halten. Und wie immer zuerst den Bauch anspannen, bevor wir uns aufrichten, und diesmal wandert das rechte Bein nach vorne. Links ist diesmal oben, rechts unten, und wieder so nah wie möglich an den Körper ziehen. Gesäßmuskulatur lang machen, tief durchatmen. Und wir schieben rechts nach unten, Bein nach hinten ziehen, linker Arm nach links, und nochmal. Rechtes Knie hinter dem linken, Decken nach vorne schieben, und Hüftbeuger lang ziehen. So, nochmal, ohne Absetzen, Fuß nach vorne, innen am Becken anbringen, Knie Richtung Boden, und rechten Arm nach rechts. Da kommt der Michael Jackson raus. Sehr gut. Und Konzentration, wir strecken alle vier durch. Rechtes Bein parallel tief einatmen. Und aus, langer Schritt nach vorne, Hände zum Boden, Stirn Richtung rechtes Bein. Und diesmal links hinten die Ferse ganz nach unten drücken. Ja, dieses Mal drehen wir uns nach links, und die Zehenspitzen wieder leicht nach außen rotieren. Wir fangen mit rechts an, rechtes Bein anwinken, mit Beinarmen festhalten. Und jetzt strecken wir das rechte Bein durch, und ziehen den Oberkörper immer näher zum Boden. Tiefe Bauchatmung. Tiefe Bauchatmung. Wer kann Zwerfel involvieren. Und locken lassen, wir wechseln. Und wieder links Handwinkel, links festhalten, links durchstrecken. Beine strecken, Oberkörper zur Mitte, Arme nach hinten drehen. Und wir ziehen uns langsam wieder Richtung Boden. Beine streckt halten. So, langsam wieder aufrecht im Oberkörper, und wir drehen uns wieder nach vorne, setzen das linke Knie ab, und gehen wieder in eine lange Hüftbeugerdehnung. Und diesmal links. So, tief in den Bauch ein und aus. Hände ablegen. Das rechte Bein seitlich. Und wieder aktive Pigeon Bow. Sollte jemand Schmerzen im Knie oder im Becken haben, Fuß näher ran ziehen. Sollte das Ganze ein bisschen einfacher machen. Und ganz wichtig, aktiv. Das heißt, unteren Rücken, Gesäß anspannen, nach unten pressen. Nochmal tief einatmen. Halten. Halten kurz. Und aus. Nochmal ganz hinlegen. Und kurz entspannen. So, Oberkörper wieder aufrecht. Rechtes Bein aufstellen. Links hinten die Zehenspitzen aufstellen. Gewicht nach oben verlagern. Und wir setzen den vorderen Fuß wieder zurück zum rechten. Nochmal Dumbledore. Kurz halten. Die Knie leicht angewinkelt. Arme ganz strecken. Länger. Und beide Knie gleich zum Boden bringen. Und zurücksetzen in unsere neue Ausgangsposition. Child's Pose. Die Arme sind gestreckt. Stirn ablegen. Ein paar Mal tief durchatmen. Und wir machen dann mit einer lockeren Zwei-Abfolge weiter. So. Kopf anheben. Wir wechseln in den Vier-Fuß-Stand. Schulter breit geöffnet. Einatmen. Hohlkreuz. Ellbogen nach hinten drehen. Kopf in den Nacken. Ausatmen. Rücken rund. Ellbogen nach außen. Kopf hängen lassen. Becken nach vorne schieben. Und Schultern ganz lang machen. Nochmal. Wechsel einatmen. Ein. Und aus. Wechsel einatmen. Aus. Einatmen. Aus. Einatmen. Ein, aus, ein letztes Mal tief rein und ausatmen, diesmal wieder zurücksetzen in unsere Ausgangsposition, Stirn ablegen und wieder kurz locker lassen. Das folgt eine zweite Zweierabfolge, das heißt den Kopf nochmal anheben und wir wandern den Boden entlang vorwärts wie eine Raupe in den Upward Dog. Das heißt die Knie heben leicht vom Boden ab, unteren Rückengesäß anspannen und nach unten pressen, Arme gestreckt. Zwei, Knie absetzen, zurück in unsere Ausgangsposition und wir wiederholen das Ganze nochmal mit Tanayama. Eins, einatmen, vorwärts, die Knie abheben, Gesäß Richtung Boden pressen und zwei von oben, Child's Pose, rausatmen. Eins, einatmen, zwei, aus, eins, einatmen, zwei, aus, eins, einatmen. Zwei, aus, und ein letztes Mal, eins, einatmen, zwei, aus. Stirn wieder ablegen, ein paar Mal tief durchatmen, wir verdoppeln dann noch deine Viererabfolge. Das heißt, das wird wieder ein kleines Weh anstrengender. So, den Kopf anheben, eins, von oben vorwärts, Upward Dog. Knie leicht anheben, zwei, wechselt, Upward Dog, über die Zehenspitzen rollen. Drei, nochmal nach vorne, Upward Dog. Und vier, Knie absetzen, Ausgangsposition. Nochmal, wir atmen gemeinsam, eins, ein. Zwei, aus, drei, ein. Vier, aus. Eins, ein. Zwei, aus. Drei, aus. Drei, ein. Vier, aus. Eins, ein. Zwei, aus. Aus, drei, ein und vier, ganz ausatmen, zurücksetzen, Stirn ablegen und ein paar mal tief durchatmen, bevor wir dann nochmal auf eine achte Abfolge verdoppeln. Jetzt rollt der kraftlastigste Teil, das heißt, wir wandern einmal in die richtige Position, von oben vorwärts, Zehenspitzen aufstellen, Downward Dog, und wir setzen den linken Fuß nach vorne zwischen die Handflächen. Für unsere Achterkriegerabfolge, wie gesagt, ein bisschen kraftlastiger, Oberkörper aufrecht, Knie leicht nach außen, Warrior Eyes. Versuch die Spannung im Oberschenkel zu halten, sollte jemand Schwierigkeiten dabei haben oder Schmerzen im Gelenk an das Knie absetzen. So, für den Rest, Warrior 2, nach rechts öffnen. Reverse, nach rechts hinten, rechte Hand hinten, rechten Bein. Vier, nach vorne, beide Arme mitnehmen, Schultern ganz lang ziehen. Fünf, Reverse, ganz nach hinten. Sechs, vorwärts, linken Arm hinter dem Rücken, rechter über dem Kopf, und wer kann, bringt den Ellbogen vorne am Oberschenkel an. Sehr gut. Sieben, Liga 2, und acht vorne strecken, Hände zum Boden, Stirn Richtung linkes Bein, und wir wechseln von hier direkt zu Triangle Pose. Linke Hand bleibt am Boden, rechten Arm Richtung Decke, alle vier, wenn möglich, strecken. Und umkehren, Reverse Triangle, rechte Hand zum Boden, linken Arm Richtung Decke, wie möglich, wieder alle vier gestreckt. So, linke Hand absetzen, rechtes Knie absetzen, Oberkörper aufrecht, für die zweite lange Hüftbeulgerdehnung rechts. So, wir atmen tief in den Bauch ein, und setzen uns beim Ausatmen zurück auf den rechten Fuß drauf, und greifen zum linken vor, mit beiden Händen Stirn Richtung linkes Bein. Sollte jemand nicht am Fuß sitzen können, könnt ihr ihn auch gerne nach vorne bringen und innen am Oberschenkel aufregen. Ansonsten, alle, die schmerzfrei sitzen können, sollten das auf jeden Fall auch neu ausprobieren. So, linke Hand bleibt mit dem linken Fuß oben, rechter Arm ziehen Richtung Decke, Schulter schön lang machen. Und die rechte Hand zwischen linken Arm und Bein durchfädeln, Handfläche zum Boden, und Oberkörper ganz nach links heben. Das heißt, mit dem rechten Arm gegen das linke Bein pressen, für eine volle Rotation in den Lenden, drei Atemzüge, mit der Zerfel atmen, schön kraftvoll, tief einatmen, Bauch ausdehnen, ganz ausatmen, Bauch komplett einziehen, zweimal wiederholen. Und locker lassen, rechte Hand rechts für das Gleichgewicht, mit links greifen wir das linke Bein, gestreckt anheben. Egal wie weit wir vorne greifen, egal wie hoch wir das Bein anheben, wichtig ist nur, dass wir gestreckt bleiben. Wir öffnen nach links. Und linken Fuß rechts absetzen, rechten Arm übers linke Bein und nochmal ganz nach links heben, drei Atemzüge. Einatmen, expandieren, ausatmen, kollabieren. Und nochmal locker lassen, linkes Bein strecken, Hände links und rechts absetzen. Und wir wandern mit dem Oberkörper Richtung Boden, so weit wie möglich, vorziehen, Kopf hängen lassen und das gestreckte Bein ein bisschen durchschütteln. Wir heben den Kopf nochmal an, Gewicht nach vorne verlagern, Gewicht nach oben verlagern, linken Fuß zurücksetzen. Und rechten Fuß nach vorne, wiederholen, die achte Abfolge rechts, eins, zwei, nach links öffnen. Drei, umkehrt zum linken Bein. Vier, vorwärts langziehen. Vier, vorwärts langziehen. Vier, vorwärts langziehen. Sechs, wieder vorwärts. Diesmal ist der rechte Arm hinter dem Rücken, der linke über den Kopf und per Hand bringt den Ellbogen wieder vorne im Oberschenkel an. Spannung halten. Spannung halten. Sieben, vorwärts langziehen. Und acht, durchstrecken, Hände zum Boden, Stirn Richtung rechtes Bein. Ganz kurz. Und wir öffnen wieder Triangle Pose. Linken Arm Richtung Decke. Rechte Hand bleibt am Boden. Alle vier gestreckt. So, Reverse Triangle. Linke Hand absetzen. Beide Füße nach vorne drehen. Rechten Arm Richtung Decke. Alle vier gestreckt. So, wir setzen die rechte Hand ebenfalls ab. Das linke Knie. Oberkörper aufrecht. Und Becken nochmal ganz nach vorne schieben. Tief in den Bauch einatmen. Und ausatmen. Zurücksetzen auf den linken Fuß. Und zum rechten Vorgreifen. Stirn Richtung Schienbein ziehen. So, die rechte Hand bleibt wieder am rechten Fuß oben. Linken Arm Richtung Decke. Schulter lang. Und die linke Hand rechts durchfädeln. Handfläche zum Boden. Oberkörper nach rechts heben. Drei Atemzüge. Einatmen, ausdehnen. Kraft vorausatmen. Einatmen, reinziehen. Und locker lassen. Linken Hand links mit Gleichgewicht. Schritt rechts wieder. Egal wie weit vorne. Das rechte Bein, egal wie weit, gestreckt anheben. Nach rechts öffnen. Und den rechten Fuß diesmal links absetzen. Linken Arm übers rechte Bein. Und wieder ganz nach rechts. Volle Rotation. Drei Atemzüge. Kippen euch alle aus. Und wieder locker lassen. Das rechte Bein gestreckt. Hände links und rechts ablegen. Und mit dem Oberkörper wieder ganz Richtung Boden wandern. Kopf hängen lassen. Und das gestreckte Bein wieder durchschütteln. Und durchschütteln. Kopf anheben. Gewicht nach vorne verlagern. Oberkörper aufrecht. Becken vorausschieben. Becken vorausschieben. Das letzte Mal. Für die linke Seite. Und Hände absetzen. Gewicht nach oben verlagern. Und wir steigen mit dem hinteren Fuß zum vorderen dazu. Schulterbreiter. Stand ganz vorne auf der Matte. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Und von hier wechseln wir wieder in die tiefe Hocke. Als neue Ausgangsposition. Unsere Schultern wandern wie immer nach innen. Die Arme öffnen wir nach außen. Im Kopf einziehen. Ein, zwei Mal tief durchatmen. Und locker lassen. Pseudogrehe. Linke Seite zuerst. Das heißt, die Achseln kommen auf die Knie. Die Hände flach auf den Boden. Die Finger ganz weit geöffnet. Wir wandern zuerst rauf auf die Zehenspitzen. Bis die Schultern direkt über den Händen platziert sind. Und jetzt Gewicht nach vorne verlagern. Linken Fuß anheben. Der rechte bleibt noch am Boden fürs Gleichgewicht. Und langsam absetzen. Schultern nach innen holen. Die Arme nach außen. Den Kopf einziehen. Und locker lassen. Wir machen die rechte Seite. Achseln auf die Knie. Achseln auf die Knie. Achtet darauf. Wir bleiben mit den Armen immer in Kontakt mit den Beinen. Raus auf die Zehenspitzen. Gewicht nach oben verlagern. Nur den rechten Fuß anheben. Links bleibt am Boden. So. Dafür müsst ihr die Arme anwinkeln. Mit Gestrecken geht das nicht. Ja. Yes. Sehr stark. Und absetzen. Schultern nach innen. Arme nach außen. Kinn am Brustbein. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Und locker lassen. Zweimal volle Krähe. Dann haben wir das schlimmste hinter uns. Das heißt. Achseln auf die Knie. Flach am Boden. Finger ganz weit öffnen. So weit wie es geht. Zuerst rauf auf die Zehenspitzen. Gewicht nach vorne verlagern. Arme anwinkeln. Bis die Zehenspitzen ganz von alleine abheben. Und das ist unser Schwerpunkt. Den halten wir. Noch drei. Noch zwei. Eins. Und absetzen. Schultern nochmal nach innen holen. Die Arme nach außen. Den Kopf einziehen. Einen zweiten Versuch haben wir noch. Die meisten haben es für ein paar Sekunden halten können. Das ist sehr stark. Und locker lassen. Letzter Versuch für alle. Ich wechsle in eine andere Perspektive hier. Die Achseln direkt auf die Knie. Die Hände flach am Boden. Finger weit öffnen. Auf die Zehenspitzen. Schultern direkt über unseren Händen. Arme anwinkeln. Gewicht verlagern. Bis die Zehenspitzen abheben. Das ist sehr gefährlich. Ich weiß. Wir halten noch für zwei. Für eins. Und absetzen. Sehr gut. So. Wir gehen in eine Rückenlage. Wie gesagt. Das Schlimmste ist vorbei. Wir haben noch ein paar Atemübungen. Dann ist es fertig. So. Rücken ablegen. Die Beine an den Körper ziehen. Kurz nach links und nach rechts wippen. Und wir strecken alle vier Richtung Decke. Und legen sie seitlich geöffnet gestreckt ab in die Totenlage. Die Augen schließen. So. Atmet mal ein paar Mal tief durch. Ich erkläre die erste Atemübung. Vier Phasen. Ich zähle jedes Mal mit. Wie lange wir einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. In der Runde wird ein kleines wenig länger. Jede Phase ist ein bisschen anders. Wenn alle bereit sind. Jetzt mal kraftvoll ausatmen. Ausatmen. Und ein. Für drei. Zwei. Eins. Halten. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für zwei. Eins. Halten. Für eins. Ein. Für vier. Drei. Zwei. Eins. Halten. Zehn. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für drei. Zwei. Eins. Und halten. Für zwei. Eins. Ein. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halten. Zehn. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für vier. Drei. Zwei. Eins. Und halten. Drei. Zwei. Eins. Ein. Für sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir halten. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halten. Für vier. Drei. Zwei. Eins. Und ganz tief einatmen. Bauch und Brustkorb anheben. Ganz aus. Dehnen die Lunge. Und halten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und raus. So. Wir atmen wieder ein paar Mal nach eigenem Tempo. Ich erkläre kurz die zweite Übung. Feueratmung ist eine kraftvolle, schnelle Zwergveratmung. Das heißt, beim Einatmen, Bauch ganz ausdehnen. Beim Ausatmen, kraftvoll aus. Bauch ganz einziehen. Wir werden ein recht schnelles Tempo haben. Ich werde also die Geschwindigkeit voratmen. Wenn alle bereit sind, kraftvoll aus. Und runde eins. Zehn Atemzüge. Los geht's. Nochmal ganz tief ein. Time. Halt Null für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Und runde zwei. Los geht's. Nochmal ganz tief ein, halten für zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und aus. Und wieder nach eigenem Tempo atmen. So, ich würde wieder empfehlen, noch eine halbe Minute bis zur Minute liegen zu bleiben. Manche Leuten wird das schnell schwindelig. Ansonsten war es das mal wieder von meiner Seite. Yoga sehen wir uns erst nächsten Freitag wieder um 17 Uhr. Einige von euch sehe ich morgen Vormittag beim Reformort. Freut mich, dass so viele neue Gesichter da waren. Freut mich auch, dass so viele regelmäßig kommen. Ansonsten noch einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, bevor ihr geht, die Manten schön einrollen und zurückzulegen. Und ihr habt einen Applaus für die. Ja, bist du nicht die Einzige. Es fällt extrem viel locker und schwer. Ja, bist du nicht mehr Arsch. Ja, bist du nicht mehr Arsch. Ja. Ja. Ettlich. Genau.